Hallo, wir sind Annette und Benjamin vom Verein Hamburger Stiftungstagen und der Stiftung Gute Tat. Und gemeinsam haben wir eine Aktion vor, zu der wir euch gerne herzlich einladen wollen. Und zwar finden zwischen dem 9. und 13. Oktober die Hamburger Stiftungstagen statt und wir machen einen Raum für Gute Tat. Das heißt, dass der Raum immer am Nachmittag geöffnet ist, ab 14 Uhr könnt ihr in die Harzkammer kommen, in Hamburg-Hoheluft, direkt auf dem Kirchplatz von Sankt Markus und die Welt ein kleines bisschen besser machen. Wie geht denn das? Ja, ich habe nochmal was mitgebracht. Und zwar könnt ihr zum Beispiel Funterspenden für die Kiertaten hier lassen oder ihr könnt selber aktiv werden und als Mutmacher agieren oder auch als Muttour und nicht zuletzt als Türöffner. Was ich dahinter verwirre, zeigen wir euch hier. Wir freuen uns auf euch. Kommt vorbei.